Was ist die Gegnerschaft? Wir haben insgesamt so viele Länder in den Medaillenplatzierungen gehabt wie noch nie zuvor. Wir haben mit 135 Staaten und Nationen auch ein Teilnehmerfeld gehabt, was noch nie annähernd so groß war. Ich denke, dass der Trend sich weiter fortsetzen wird, das internationale Niveau noch weiter steigern wird. Es wird sehr, sehr schwierig, das Tempo dieser Entwicklung mitzugehen, weil es nicht nur sehr viel abverlangt im Rahmen der Trainingssteuerung und Trainingsplanung, sondern auch sehr viele Finanzen benötigt. Da mittlerweile ja alleine auf IGF-Niveau 17 oder 18 Turniere jedes Jahr stattfinden, die ganz, ganz wichtig als Voraussetzung dazu zu sehen sind, um die Qualifikation zu Olympia überhaupt zu schaffen. Ich hoffe, dass das BMI und auch der Deutsche Olympische Sportbund, den Eurobund, dementsprechend dort auch besser unterstützen kann. Denn das, was in den letzten vier Jahren geleistet wurde, war zwar sehr gut, aber sicherlich nicht ausreichend für den nächsten Zyklus. Wir haben uns natürlich im Vorfeld auch schon Gedanken gemacht zum neuen Olympia-Zyklus im Rahmen der Trainerschaft und haben sicherlich einige Ideen, die jetzt aber nach einer gründlichen Analyse der letzten vier Jahre dementsprechend aufgearbeitet werden müssen. Und da werden wir jetzt in Ruhe drangehen und das gewissenhaft tun, damit wir dann dementsprechend auch die nächsten vier Jahre mit viel Kraft und Energie und auch Optimismus angehen können. Und da werden wir jetzt in Ruhe drangehen.